hey und ein herzliches willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal bei ruhrpods gaming tv ja ich habe mir heute gedacht ich mache doch ein zweites video hier von eurotruck simulator ich muss hier aber kurz noch meine kamera anstellen so ist glaube ich ganz gut so ist perfekt so ok gut und müssen wir das jetzt aber einmal reparieren ja wie gesagt da haben wir einmal gut arbeit geleistet aber naja so dann haben wir das und wie gesagt wieder aus datenschutz sichern gründen mache ich natürlich keine musik an so so hochschalten und dann jetzt auch schon wieder los oh die ladung ist auf 50 prozent beschädigt das ist natürlich die ganze Zeit aber trotzdem bringen wir die natürlich an 21 stunden unterwegs ist das aber auch obwohl aber ich möchte den abbrechen denn ja ja fahrrad und es regnet mal wieder wunderschön so und bis ich einen neuen auftrag gefunden habe würde ich sagen mache ich einen kurzen cut obwohl das bisher eigentlich schnell gehen denn hier drüben ist ika also hier so und dann fahren wir dann jetzt einfach kurz den throw auf und dann muss jetzt hier auch kurz fahren gucken wir einmal kurz ganz toll pass auf da machen wir aber was anderes ORCH 2006 ORCH so das aber äh ich kann Sachen auch von wo bin ich jetzt eigentlich ich bin jetzt in kuppel so und dann lasst mich da mal raus vielen Dank muss ich denn jetzt fahren nach dahin nach odensee oder mache ich doch doch so da bin ich wieder ich habe mir aber doch gedacht dass ich leise hier dass ich doch irgendwie so einen schnellen auftrag mache und das mache ich dann von hamburg nicht nach christiansand sondern würde gerne nach ungarn kann ich jetzt auch das ist natürlich nicht schlecht aber ich würde gerne das klingt nicht schlecht aber ich würde gerne so weit fahre So, ich mach jetzt mal ne kurze Pause, bis ich Finnland irgendwo gefunden hab. Okay, ich habe jetzt Finnland nicht gefunden, aber dafür können wir von London nach Grimes und zwar mit einem MAN und für exklusive Stoffe. Ich würde sagen, das machen wir. Ich dachte schon, ihr habt's jetzt aufgehangen an meinen PC. Ich mach mal die Lichtverhältnisse etwas angenehmer. So. Okay, Montag 1 und 2,35. Äh... Ha, ist aber wunderschön. Cool. Ja, man sieht, es ist auch mal was anderes. Äh, ja. Das sieht einfach sehr... Boah, ist das ungewohnt. Moment, haben wir jetzt schon die Fracht hier... Kriss. Ja. Das ist aber... Wunder. Wunder, wunderschön. Alter, ist das ungewohnt. Alter, ist das ungewohnt. Okay. Gut. Stimmt, jetzt muss ich ja erst nach... Ja. Dann nach links und dann ist alles frei. Boah, alles besser. Aber naja, jetzt muss ich damit auch klarkommen, denn der LKW wurde mir halt jetzt zur Verfügung bestellt. Weil ich dann bei hinten nicht klarkommen kam, dann kriege ich einfach mal einen Platz. Das find ich natürlich nicht. 50 sind die nur, ne? Ach, stimmt, meine 48. Da haben wir sie wieder. Die oder alle 48. Äh. Mann, die hab ich doch vermisst. So. Boah, 8 Stunden brauchen wir da für den Kack. Ach nee, ich muss ja... Boah, Gott, oh Gott, oh Gott. Stimmt ja. Hi. Ich muss ja hier... Boah, ist das ungewohnt, ey. Weil jetzt hab ich ja links... Muss ich jetzt aufpassen, dass ich da nicht auf den Bordstein komme. Muss ich ja immer aufpassen, dass ich rechts nicht irgendwo dran komme. Ja, ja. So verändert sich das. Oh shit, ich halte mich ja gar nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nein. Bitte geh wieder runter auf die 48. Danke. Oh, ich wollte sie denn schon gerade angucken, aber... Sie fallen auf der falschen Seite. Oh, England, ey. Typisch England. Oh, ist ja ungewohnt, ey. Warum sind... Hier sind sogar eigentlich 30, aber ich bin ja der 40 Tonner. Ich darf das. Wir haben schon fast wieder 10 Minuten. Ich verstehe nicht, warum das immer so schnell geht. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn wir auf der Autobahn sind. Außer es kommt heute keine Autobahn. Auf jeden Fall, wenn wir hier irgendwann mal schnell fahren müssen, ne? Bis gleich. So, und da sind wir auch schon. Das heißt, wir sind jetzt schon auf einer... Straße. Da halt auch eine Autobahn. Und wir dürfen jetzt 97 fahren, obwohl wir 190 fahren dürfen. Ich weiß, von rechts darf man ja eigentlich nicht überholen, aber mein Gott, wenn der... ...haha... Upsi, Upsi, Upsi... Oh. Oh... Wenn der... Wenn der Idiot so lange fährt, dann kann ich da ja und... So. Ach shit, hier darf ich ja gar nicht. Da fach ich rein. Komm, nee, ist ja wie kacke hier. Oh, die sind 97! Ich verstehe das nicht, Leute. Ne, 97, jetzt wie schnell fahren die? Na, ich finde das gar nicht 97. Siehste, da hat man schon... Ich fühle mich schon wieder schrocken. So, die explosiven Stoffen müssen natürlich auch pünktlich ankommen. Oh, ich verstehe nicht, ja, Leute, hier sind 97 und ich fahre 90. Warum halte ich die euch denn nicht da? Weiß ich mir jetzt vielleicht etwas aufdringlich, aber das ist doch so. Auf meinem Navi steht, dass ich hier 97 fahren kann. Ich fahre 90, den Schäfer kann ich einfach fahren, ne? Oder hat er denn gerade rechts, ist ne, da hochgekehrt, ja, ganz klar. Naja, aber es geht, also ich fahre so 10 Minuten, ne? So, wenn mir da irgendetwas anderes passiert, dann würde ich sagen, melde ich mich, äh, ich muss jetzt rechts. Oh, shit, jetzt habe ich mich schon ein bisschen geschehen. Upsala. Ich muss jetzt wieder tanken, aber ich gehe gleich jetzt tanken. Äh, ich hoffe, das war ne richtige Entscheidung. Ui. Hätte da tanken sollen. Ach, ne, da kann ich auch wieder tanken. Okay, dann tanke ich da. Oh, dann fahre ich da noch. Was ist? Da ist die Polizei. Ne, die möchte ich, die kann ich da holen. Okay, wir tuckern jetzt also noch hinter der Polizei her. Solange ich einfach mal was abmucke. Bis gleich. So, und dieser hier, nee, hier rechts, ist nach links drüber gefahren. Was ich nicht verstehe. Denn jetzt kommt. Oh, Mann, ey. Die Polizei kann ja auch nicht richtig fahren. Oh, da hätte ich wieder da sein. So, jetzt habe ich die Polizei angerufen. Haha. Verliebt. Ich könnte den natürlich nicht anhalten. Haha. Mensch, Mensch. So. Ach, guck mal, wir fahren jetzt gleich ab. Das dürfte ja auch mit, mit der Lebe. So, jetzt müssen wir aber wieder mal folgen oder gehen. Ja, sonst, komm her. Das ist wunderbar. So. Wunderbar. So, ich glaube, wir haben wieder ein hohes hohes Kipppotential. Oder so. Ich frage jetzt hier, wie beschädigt. Eins. Ja, naja. Das geht ja. So, ich gucke jetzt einfach mal nicht hin. Darauf haben wir jetzt mal gehört. So, schöner haben wir den LKW an der Leitplacke entlang geratschen. Die passt. Die passt. Also, muss ich sagen. Ja, der passt einfach. So. Ich melde mich dann wieder. Wenn, wenn irgendwas noch mal passiert, dann fahre ich sie erstmal. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Der rechte Spiegel ist ganz verregnet. Der linker aber nicht. Der ist ja auch fängig. Hat er überhaupt nicht an? Ja, hat er. Niederachtschirm. Sch-sch-sch-sch-sch-sch. Und dann fuhren wir noch ein paar Fragen. Ja, und du? Wo denn? Der ist links, aber nicht schnell genug. Naja. Egal. Ich bin jetzt leichter. Das verspreche ich nicht. Wir sind 80. Ich fahre 91. Passt. Bitte nicht um kippen. Bitte nicht um kippen. Bitte nicht um kippen. Ja. Das fliegt aber gut. Von hier rechts. Ich bin durch, ich bin durch. Da komme ich durch. Aber ich fahre gut durch. So, das passt. Ja, da brummt der auch, aber ich hatte das, entweder wart ihr dabei oder nicht. Auf jeden Fall ist das echt cool hier. Als ob ich da nicht reingekommen bin. So, das würde ich jetzt mal gut ausmachen. Und dann jetzt, ein Kabel. Und ja, nur noch. Kala ist. Und das haben wir mit dem Zug. Ja. Und da sind wir schon wieder. Und jetzt geht immer noch. Ach, lass gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich da muss. Ich glaube, ich muss drehen. Ja, ich muss drehen. S**t. Ach nee, da kann ich auch raus. Ja, da kann ich auch raus. Puh-f**t. Was ist denn jetzt los? Oh, ey, what the? Fuck! Was ist denn jetzt los? Ne, ne? Na, komm, ich kann. Naja, hauptsache ich kann fahren. Oh, fuck, ey. Ach, leck mich. Die Bretter. Kosten direkt, ja, dann gehen wir mir ab. Kannst doch. Haha, was ist denn da? Boah, weh. Ich fahr jetzt wieder mit dem Abschlepper zurück. Eparieren, bitte. Was? Moment. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Warum habe ich noch 300 Kilometer? Hatte ich 300 Kilometer auch schon? Ach du großer Gott. Was ist denn so ein Steinbruch? Guck mal, wie weit das da ist? Guck mal. Was? So, auf jeden Fall. Ja, gut. Okay, das ist, ähm, das geht ja noch. So. Ich mach dann auf jede... Moment, wo bin ich jetzt? Da bin ich. Dann mach ich auf jeden Fall da mal ne kurze Pause. Ja, und das überspringe ich dann. Bis gleich. So, und da sind wir dann auch schon, ja, an der Tagstelle. Ich muss hier... Gute Fahrrad. Gute Fahrrad. Jetzt muss... Ist das mal in der bolts things? So, die Kraftstoffkostenträger. Auch mein Armin Kider. Der Betrinkt, das man aber bieten, ist wichtigreich. Werden wir aberst Consale... Alles klärchen. Wollen wir mal. Unsere Dara... Oh was, wir haben schon 20 Minuten. Okay, dann würde ich sagen, überspringe ich das wieder und dann sehen wir uns allerspätestens, wenn wir am Steinbruch sind. Bis gleich. So, da bin ich wieder und wir haben eine Motorfehlfunktion, denn ich hatte einen Unfall. Ja, ist nicht spektakulär. Bin gegen eine Leitplanke gefahren. Und jetzt sind wir hier auch schon am Steinbruch. Es sind 30, ich fahre... Boah, 80. Etwas mehr. Und dann passt das. So, wo willst du denn das stehen haben? Okay. Okay, fahren wir da mal hin. Ist aber sehr spekt. Ja. Hatte ich noch nie. Und jetzt gehen wir noch auf den letzten Methoden um. Ich merke dann schon, wie ich... Das gefällt mir aber, wenn sie dann so gut modelliert haben. Wow. Wunderbar. Wo muss ich das halten? Wunderbar. So, F3, wo willst? Okay, so kann das nämlich auch nichts werden. Passt. Jetzt wackelt ohne Luft. Okay, dann muss man wohl doch noch etwas weiter fahren. Oh, nee, jetzt muss ich auch noch... Nee, jetzt muss ich auch noch weiter fahren. So. Oh, shit. Na ja, wie gesagt, ich bin kein LKW-Fahrer. Ich bin Schattigkeit. Obwohl, ey, Leute. Motor aus. Zack. Reste Motor aus. Passt. So. Oh, tolerabel. Okay, das war wohl dann nicht so... Gut. Boah, immerhin. Ich hab noch Lust gemacht. Okay, Leute. Dann würde ich sagen... Wir haben 23 Minuten aufgenommen. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Bis morgen. Also bis zu einem neuen Video auf meinem Kanal. bei Europod Gaming TV. Ich bin... Nee. Ja doch. Ja. Okay. Dann. Ich bin raus. Europod Gaming TV. Bis dann. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020